Korpus, wo bist du? Ich schwöre das ist der bessere Cactus Dream hier. Das ist der bessere Cactus Dream. Hätte klappen können, ok? Hätte noch ein bisschen... Hätte noch ein bisschen... Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Halt mich! Sieht ja auch nicht wie man die verstellt. Halt mich! Wie ich ihn sehe? Halt mich! Jetzt reiht mich mit dem Hund die Treffer. Was ist das? Mach ihn, Frank! Ein... EIN MONAT! Follower-Mode! Man kann sich gut treffen, ne? EINE MONAT! EINEN MONAT FOLLOWER-MOD! Ah, hat sich geschüttet. Was? Schrei nicht so! Sie... Sofa, grau die Granate nach rein! Komm, Katze! Was ist das?! Wir müssen dir mit! Nein, nein, nein! Diese Ruhe im Chat! Ja, bist du doof?! EIN MONAT FOLLOWER-MOD! Mach mal den EIN MONAT FOLLOWER-MOD raus! Ich will... Ich will... ...schetten! Hat ihm jemand von euch ged... Wie viel ein Euro? Ja, im Twitch? Ach so! Danke, Robin! Wer ist der Mann? Wo gibt's? Robin?! Robin, hast du ihm was donated?! Ah... 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey! Komm mir ja, ein Kulak-Gigs hier! Hört auf! Chat! Er denkt er ist in nem Fiebertraum, weil sein Chat nicht schreibt! Aber er... Man kann nicht schreiben! Man muss EIN... MONAT... FOLLOWER sein! Und ich spiel das heute zum ersten Mal XD! Bro, er chattet... Also er chattet halt! Segason regelt bestimmt! Segason, ich brauch deine... Ich brauch deine Hilfe! Ich ruf den jetzt an! Ich brauch deine Hilfe! Wobei... Bist du grad auf Kaktus-Messe? Ich bin auf der Kaktus gerade! Okay! Ich... Du musst jemanden ausfindig machen! Ich gucke gerade seinen Stream! Okay! Wir suchen gerade im... Wir probieren gerade in meinem Stream den Typ zu finden! Weil der hat einen Monat Follower-Mode an! Und der muss den unbedingt ausmachen! Und der kriegt die ganze Zeit Donations von meinen Viewern! Aber hast du irgendwelche Anzeichen für mich? Weil sonst... Er... Adidas... Er hat... Also er trägt einen Adidas-Tracksuit! Ist sehr groß! Hat eine Glatze! Irgendwelche Freundeseinladung! Hier, guck mal hier! Woi wir guck mal! Woiw아 pa graagm!!! Heheh! ÄAA! Alter! Thomas Gottschalk! Nein, wer ist denn Thomas Gottschalkap? Der Kaktus-PC! Da ist ein PC! Da stehen 2 Kakteen drauf! Der leuchtet! Der steht ein bisschen höher als alles andere!! Da... Da stehen so Kakteen drauf, die leuchten! LED-Kakteen! Jaaaah! Hört doch auf! HÖRT TOCH AUF! Jaguhr auf ihm Geld zu spenden! Was ist mit euch?! Da ist gerade immer Frau lang gejoggt, im Hintergrund! Er muss ja mit dem Rücken holen. Zu einer Tür. Ja genau, er sitzt mit dem Rücken zu Ausgang und auch sehr nah am Ausgang. Du hast ihn gefunden? Ja, warte kurz. Ja, ich hab ihn. Wirklich? Warte, Sekunde, ich geh kurz rum. Ja, ich hab ihn. Ich seh, ich seh. Doch, doch, doch! Du streamst gerade, richtig? Ja. Du hast einen Monat Follower-Mode drin bei... Spielst du dein Name und dann können wir die Hand machen, ok? Wunderbar. Einen Moment. Ah! Ah! Ist das geil! Digga, Kevin, du Legende! Ich hätte den Follower da? Ja! Und dann machst du 0, oder... Mach's aus. Ah! Ich war so lange, ich bin lost, ey! Dankeschön! Du hast doch eine Stunde raus, Baller. Dann sag doch, Dankeschön! Nein, nein. Kevin, Alter, ich lieb dich! Du hast es nicht, dass ich das nicht.